Boah, die sind verdammt schnell, die Viecher. Ich muss nie kurz überlegen, wo ich war. Äh, nix. Ob der die herzaubert? Dann kann ich doch den Flank machen. Boah. Oh, verdammt. Der Stein war wohl für mich. Ich hab doch den Heer vernichtet. Nehmen wir die Alpmodelmethode wieder. Ich muss nicht sagen, dass Steinen, Pfeilen so weh tut. Mein Hammer? Okay. Oh. Die drehen sich gleich eh wieder um. Jetzt bräuchte ich Area Damage. Das war richtig geil. Na. Wohl behindert die weiter, die weg sind desto ruckeliger laufen die. Dann müssen wir jetzt gleich eigentlich sehen. Da, jetzt. Ö Ö Ö Ö Ö Ö. Hä? Warte, war mehr als drauf Ja, und, und, und Ah, fast Aber den schaffe ich Der schmeißt dich selber Ich hab unterm Arm durchgeschossen bei dem Dann nimm dich vor den Golems in acht Warum hab ich den denn nicht getrocknet? Ja, der will verarschen, er will dahin schmeißen, wo man später ist Boah, dat scheiße War dat kacke Hm, hier war doch gerade wat Kann man dat aus der Hand schießen? Natürlich nicht Schon wieder ein Häuptling gewesen Ein Schattenhäuptling Boah Leck mich am Arsch Was ist das denn? Ein Mindcrawler Ein Mindcrawler Mal rein ins Gesicht Ich kann doch nicht schicken Boah War das satt? Mann, die Bellen Egal Gerade noch über den Bogen gemeckert Jetzt bestes Werkzeug Beste Waffe Ne Werkzeug Das ist ja geil Ich kann gar nicht aufheben Für'n Dreck Voll der Bug Ja, geradeaus oder links? Da sind zwei Arbeiter Warum sind die denn so groß? Ah, deswegen sah ich gerade so behindert aus, die machen zwei Sätze nach vorne Na Na Gerade noch gesagt Ja Ja, lauf Hau ab Hol deine Familie Hol deine Mutter Ich könne ihn Ja Ja Da guckst du, ne Habe ich eigentlich mal wieder was Schönes aufgenommen? Boah Boah Einhand 32 Nahkampf Boah, für ne Einhandwaffe Schon krass Aber die gibt sieben Fernkampfe Oh mein Gott Das ist eine seltene garantinische Waffe Die mit diesen Da sollte ich das einfach mal ausprobieren Boah 40 40 Ah ja, die kenn ich ja schon Und ein Schild 100 100 Rüstung Nehmen wir das Boah Korshan Amschine Unternehmensertagier Mana Nahkampf Magiekraft Jojo Geht zumindest schneller und leuchtet auch Oh verdammt schnell geht das Verdammt schnell geht das Ein blaues Ding Äh Ausrüstung 20 Lebensenergie Nahkampf Ferngraft Magie Boah Alle Spore hier Sonst war hier nix weil das endet so komisch Ah, mich haben zwei gesehen Da war man auf der Karte gerade Genau, verpiss dich erstmal die kleinen So sind da rote punkte Hilfe Hilfe Man kann gar nicht wegrollen Passt doch gar nicht da durch Und von da bin ich gerade runtergefallen Da flüstert jemand zu mir Voll in den Arsch Teil 3 Boah das war doch der Kopf Für mich war das ein Kopf Gefällt mir vielleicht auch nicht die Waffe Gefällt mir vielleicht auch nicht die Waffe Ja super Ja dann mal 40 Der haut aber sehr langsam Boah Boah Oh ne Auflade Waffe Das soll manatränke sparen oder kann ich die vielleicht craften Emanna trank Heiltränke. Aber nur geringe kann ich machen. Vielleicht kaufe ich mir die gleich einfach.